servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einem kleinen tipp wie ihr in dieser woche sehr gut ehre farmen könnt beispielsweise auch ruhmstufen und sonstigen krams selbst wenn ihr nichts mit pvp am hut habt habe ich ja eigentlich auch nicht aber das ist wirklich eine sehr sehr gute methode ruf gibt es auch noch oben drauf und 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 also es geht um die rauferei kinderspiel wer das nicht kennt ihr seid hier im arati becken mit 14 anderen menschlichen mitspielern und ihr spielt gegen 15 ki gesteuerte gegner das führt dazu dass man hier wirklich durch ballert als wär man auf speed quasi man kann eigentlich direkt durchreiten wenn zu jeder basis ein paar leutchen gehen zwei drei reichen da meistens aus wie hier auch einer schreibt einer sollte am hof bleiben sonst kommt ein schurke oder ein feral der mobst dann den hof weg aber ansonsten könnt ihr durchreiten geht zu den stellen tappt das ding und dann irgendwann farmt ihr die alis oder die hortler an ihrem friedhof an ihrer basis ab das liegt halt daran auch wenn blizzard versucht das ganze oder versucht hat das ganze ein bisschen schlauer zu gestalten aber ki gesteuerte gegner kommen halt einfach nicht gegen menschliche einheiten an das muss man ganz klar so sagen dafür an und für sich die vertreten halt die normalen klassen die es auch so im spiel gibt haben halt meistens nur dann tatsächlich sogar eigenen namen ihr meldet euch darüber ganz einfach wir wir launcher an habt das ja eben gesehen was ich euch da oder wie ich da hingegangen bin und danach spielt ihr einfach hier die geschichte also ganz im ernst ist es komplett wurscht wow ich wurde sogar gekillt rip 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 also sie schafft es aber die ki zumindest ein paar kills zu holen wer hätte das gedacht aber ansonsten wie gesagt einfach ein paar sachen einnehmen da haben sie sogar tatsächlich die mine getappt für den moment auch sehr interessant kommt auch nicht oft vor und dann schauen wir mal wie schnell das ganze geht was hier halt auch interessant dran ist oder weswegen das ganze gut ist es gibt keine garantie wenn ihr hier durch seid dass es ruf gibt das hängt auch ein bisschen von eurer rufstufe ab er rumstufe aber es war früher immer eine gute möglichkeit um ein bisschen zu fahren dafür war das ding hier sehr gut weil man einfach sehr schnell fertig war gleichzeitig bekommt ihr halt ehre dafür beim ersten mal wenn ihr drin seid bekommt ihr auch noch diese quest hier mal was anderes für ehren abzeichen eroberung und ehre also das ist auch relativ einfach und es gibt hier ruf bei der fraktion die entweiten nicht mal gucken habe ich hier überhaupt was ja die entweiten ein bisschen mit meinem droiden bin ich zum beispiel so auf ehrfürchtig gekommen hier bei der fraktion also ich hatte vorher schon einiges an ruf aber hier habe ich dann halt den den letzten teil abgekriegt und ja alles in allem kriegt man hier wirklich einige sachen für sein geld geboten und ich muss tatsächlich sagen vom spaßfaktor her ist es gar nicht mal so schlecht jetzt ist hier sogar noch mal dicker respawn wir haben jetzt die stelle auch attackiert wo ihr auch ein bisschen aufpassen müsst wenn ihr nicht wollt dass das ganze unnötig in die länge gezogen wird sobald ihr anfangt den gegner am friedhof abzufarmen also dann wenn der gegner keine basen mehr zur verfügung hat müsst ihr aufpassen wenn sie da oben dann wieder spawnen oder eben halt auf der anderen seite bei der horde viele versuchen dann oder auch erst mal an euch vorbeizurennen das klappt in der regel nicht aber wenn ihr euch da doof anstellt kann es durchaus passieren das werden wir wahrscheinlich gleich sehen wie ihr seht die splitten sich da oben direkt auf jetzt reiten hier ein paar zur seite und wenn man sie da halt nicht abfängt gehen sie zur mine tappen die weg und ist jetzt nicht schlimm also ich habe hier noch nie also wirklich noch nie eine gruppe drin verlieren sehen damit aber es zögert das ganze halt unnötig heraus weil so wie jetzt wenn ihr fünf basen habt dann geht die punkte anzeige hier um also ich glaube 60 punkte genau alle paar sekunden hoch ihr kriegt massig ehre hier reingezimmert können uns auch noch mal angucken weil was stehe ich gerade 335 war es eben immer an zu beginn werden sie irgendwie 290 gewesen sein können wir gleich mal gucken was am ende bei rum kommt dafür den ersten win gibt es natürlich immer mehr aber nichtsdestotrotz soll jetzt haben wir schon 100 120 ungefähr es gibt weiter ruf sagt wir sind durch jetzt kriegen wir 50 eroberung 60 600 kosmischer flux 462 ehren noch mal obendrauf macht insgesamt 658 für das gesamte bg 50 eroberung kriegen ein ehrenabzeichen wie lange hat der ganze krams gedauert steht hier jetzt nicht aber ich denke das werden keine fünf minuten gewesen sein wobei ich kann im chat gucken wann es los ging mit der wartezeit vor dem kampf waren es etwas mehr als sechs minuten hier drin also das bg als solches dann selber waren dann fünf ungefähr also ist es wirklich super schnell und was ihr vielleicht auch noch gesehen habt es gibt auch erfolge hier drin zu holen beziehungsweise könnt ihr darüber erfolge abschließen nicht nur die dinger hier sondern eben auch die hier fürs arati becken und manche davon sind einfach unmöglich weil es zu einfach ist da werdet ihr gewisse sachen nicht hinbekommen wie hier drei basen verteidigen weil die werden einfach keine drei basen tappen aber davon ab kann man das alles super easy erledigen ihr könnt das die ganze ganze zeit spam wenn ihr lustig seid wenn ihr da bock drauf habt wie man jetzt sieht sieht geben wir einfach quest ab zack kriegen wir noch mal ein bisschen eroberung in den mund rein und am ende war das jetzt für bei sieben minuten arbeit 800 ehre etwas mehr sogar da kann man sich wirklich nicht beschweren damit dank fürs zusehen ich wünsche euch ganz viel spaß beim farmen man nicht guckt nebenbei eine serie oder hört musik oder sonst irgendwas dann geht es auch halbwegs rum damit bis zum nächsten video habt eine gute zeit reingehauen